oh komm schon wer bist du aber ich kenne dich nicht junge ich kenne dich nicht hoff damit alter ist das denn ich kenne dich nicht wir trocken geld wenn wir schaden kriegen vor allem die range von oh diese range alter mal schauen ob wir jetzt mal gucken ob wir alter schwede was war das haben wir leben verloren haben wir haben sogar viel leben wir haben also noch drei leben das weiß ich jetzt wir haben ja drei extra drei übrig gelassen das heißt wir wissen dass wir noch drei leben wir wissen dass wir noch drei leben haben stirbt ok jetzt nur noch da hinten kommen bilden nicht so ein ok es geht noch drei leben noch drei leben noch ok wir haben blöd gemacht dann müssen wir jetzt irgendwie ja wie komme ich halt nicht dran also wer erwischt mich noch am ende dann gibt es aber die unten waren wie behindert ok na shit sehr schön ok aber den platz was bist du voll helft ja super das hätte ich jetzt nicht gebraucht also ich hätte schon gebraucht aber nicht jetzt weil wir haben ja dann für elf ok es läuft echt gut es läuft echt gut ich darf es bloß nicht ich habe es bloß kein risiko eingehen wie zum beispiel ein rennen in den box doch gar nicht gefunden ist echt das ganze level schon gerade sagen den box noch nicht gefunden leben haben wir ok noch mal kontrollieren ich hasse spinnen ja komm schon ne ich nehme ich das halbe ich nehme das halbe mit da können wir uns hier eventuell noch ein bisschen was holen ok und hier ist was seid ihr aufhören aufhören ok das war feuer aus glaube ich intelligent ist die gerade na komm schon okay halbes leben weg zweieinhalb aber noch was ist hier und nicht die ok anderthalb leben wir haben ein leben verloren jetzt muss man das leider merken tut mir leid wenn ich das auch wiederholen ich liebe dich spiel ich liebe dich danke dir auch wenn du mich immer öfters mal mit dem fuß ins gesicht tritt aber dann doch immer wieder danke wie gemein die ok gut ist machbar und die mit die dinger müssen wir weg das ist sehr nervig also auch wenn diese scheiß die ganze sporn hier das ist ja ein wahnsinn ja man gewandt wenn man gewandt wenn man okay sprach da rein stopp 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 wird ja na klar kind ja natürlich kommt antivirus kaspersky da rein und tut mich dabei fast noch erwischen lassen das war sogar nicht geplant auch sehr schön ausgeglichen die ausweichskills werden immer besser ja gut die 60 jahre weil man weiß wie man ausweichen muss da auch ziemlich knapp von mir woher kommt schon jawoll eine angel door hp ab sehr schön angel door damage resistance kann man dich sprengen ok war nur ein test wir haben wir leben mittlerweile das ist nicht schlecht ok wir gehen mal in den nächsten stage ich will jetzt nichts riskieren alter aber ich habe einen blumen und der hat also und das wort kann ich erklären debs won hier war ich noch nie als ich ganz vergessen die herz die wir gesammelt haben hier war ich noch nie in debs und merkt es vielleicht ich habe nämlich keine ahnung gehabt dass ihr das können alter hier war ich noch nie ja natürlich ja natürlich warum die offenen augen da ist nicht ich sag es euch jetzt wie zu blöd wird einer wenn der mich jetzt erwischt hätte ich hätte wer ausgerastet den habe ich ganz gut weg geschnitte eigentlich die sind einfach zu machen na gut kommen ja rein ja kommen auf jeden fall und schlüssel nehme ich mit kann man immer nicht genug haben immer nicht genug haben das ist auch klasse deutsch hä wieso ah die haben ja nicht den kopf zugewandt deswegen hat es nicht funktioniert oder was die kenne ich da muss die müssen den kopf zuwenden dann nur dann kriegst du ok einer weniger und wenn anscheinend auch schneller wenn ich wenn ich den gegenüber stehe ok ok da ist auch tot jetzt noch du brauche ich gerade nicht warum so viele ok ich muss sich ein bisschen konzentrieren ja stimmt sehr schön wir sind schon bei wir sind schon hier echt jetzt schon ja jolo tk was machst du bürger die so man herauskommt ach nie komm her nicht dein ernst alter was macht ihr denn Boah, beruhige dich mal, gehst du lange das mal, kann ich ihn aber gut attackieren. Okay, er macht das glaube ich nur noch. Ja natürlich, was kann der alles, was ist das, was ist das, was ist das, ah natürlich, hey cool, das hat geholfen, Leben, na komm, oh ja interessiert mich nicht, Shot Speed in Damage ab, geil, was haben wir hier, oh, bist du Dark Bomb, he wants to take your life, na, das andere nehme ich mir zwar nicht mit, weil ich nicht zu viel riskieren will, äh, Alter, wir haben, wir haben, oh, komm, lass den her, ach, der frisst ja, der frisst Herzen und spuckt dafür Soul Hearts aus, ich kenn den, den hab ich schonmal bei Honey Boy gesehen, äh, komm mit, hier, friss, 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 ich glaube, der anderthalb spuckt der, oh, der ist ja heute gnädig, der Herr, ne, komm mal mit, wir haben noch eine Menge zu erkunden, kleiner Mann, aber, you suck, und da kannst du wieder essen, okay, erstmal hier, friss halten, äh, okay, ja, wir haben, wir haben eigentlich, lust bei dir, alter, alter, oh, der Damage, oh nein, 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 nicht jetzt, irgendwie muss man einen erwischen, das sind mir gerade schon noch zu viele, okay, zwei sind weg, ich komme eigentlich recht gut durch, dafür, dass ich so schlecht bin, normalerweise, er spuckt uns regelmäßig Soul Hearts aus, aida da, oh, was könnt ihr, ah, hier blüht sich alle, na super, okay, kurz warten, bis die Blutlache weg ist, so, was haben wir denn hier, Flop, 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 oh, wie geil, ein Zweck dafür, eins bekommen, also im Endeffekt, oh fuck, 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 ok, alter, Was, alle drei noch da? Ich habe einen gekillt mittlerweile. Okay, jetzt ist glaube ich noch einer da. Noch einer, nur noch. Beruhige dich. Ähm, wo da? Noch nicht tot, noch nicht tot, noch nicht tot. Ja, natürlich, hatte ich hier neuen rein. Was haben wir denn hier so, da so? Ja, super, voll funktioniert. Profi am Werk. Ach, die ziehen ein, ja. Shit. Okay. Wir müssen ein Herzchen finden. Bombe ist auch nicht schlecht. Kann man denn hier, da wir gerade hier so einen komischen Raum haben, kann man hier vielleicht? Nein. Na gut. Jetzt haben wir da drüben, wir haben anscheinend alles aufgedeckt hier. Oh, was bist du denn? Okay, traut man so, warum nicht? Okay, zwei von denen ist auch nicht unbedingt schön. Das ist nicht schlecht. Ein Blatt gemacht und der eine rennt nämlich rein. Hätten wir wahrscheinlich sonst, ja, warum nicht? Ist nicht schlimm. Kann mir das Schlimmhaus vorstellen, wenn wir mal jetzt hier, Glutoni. Oh, nein. Habe ich schon mal, wenn, dass ich dich hasse, Glutoni? Du bist so ein kleiner, so ein kleiner. Genau deswegen. Wie geil, wie schnell wir schießen. Oh, komm, schlucket. Ich liebe ihn. Ich liebe dieses Vieh. Ich liebe dich. Du bist so genial. Oh mein Gott. Wir könnten das echt schaffen. Wir könnten es diesmal echt schaffen. Wir könnten es diesmal echt schaffen. Wenn ich keinen Fehler mache. Komm schon, irgendwas cooles? Wir können es diesmal echt schaffen. Oh, das ist schon die Bossebene. Okay, das soll echt zu machen sein. Ja, weh. Fresset. Noch gibt es nichts. Okay, ich glaube, bei der Tauscht um 1 gegen 1. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Oh, komm. Ich muss mal eh wieder aufhören, von daher. Und da ist die Chance größer, dass wir Herzen finden. Aber. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Oh, geil. Geil. Oh, da kann er spucken. Wir verlieren, da ich gab. Oh, war das gemeinste. Oh, war das gemein. Ach, komm hier. Da habe ich jetzt aber ganz schön. Okay, da gehe ich lieber von woanders ran. Oh, ich dachte, der droppt das da hinten. Hä, das war jetzt aber ein schwarzes Herz. Okay, der droppt auch schwarze Herzen. Interessant. Gibt es denn hier? Vielleicht unten hätte ich es machen sollen. Unten wäre, glaube ich, besser gewesen. Ich hätte ja auch wahllos in den Bomben platziert. Wir haben ein Herz Minus. Ha, okay. Was? Warum? Was war das jetzt? Ach, nee. Komm, nicht dein Ernst. Muss ich das echt nochmal machen? Hä? Das habe ich nicht verstanden mit der Mutter. Das ist chillig. Pupu mag jeder. Pupu ist cool. Einfach draufziehen. Gut, aber es hat es. Das war es nicht. Ich hatte, die kriege ich vorher noch, weil ich eigentlich da doch recht viel damage mache. Ah, da frisst er wäre. Es gibt mir gleich wieder ein Spektalherz. Oder auch nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Warum nicht? Warum nicht? Okay, eine Bombe. Was haben wir hier noch so? Was bist du denn? Oh, 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 oh. Oh, das ist gar nicht so einfach. Die Dinger in der Mitte spucken auch sehe ich gerade. Aua. Okay. Das ist gar nicht so einfach, Dude. Ach, komm mal her. Konsum der Enemy. Wir können uns kurz mal eins holen. Konsum der Enemy würde ich mir ganz kurz mal anschauen. Äh, Isaacs Fork. Isaacs Fork. Isaacs Fork. Isaacs Fork. Okay, da habe ich irgendwie falsch getroffen. Ah, da ist es doch. Da habe ich es so gefunden. Isaacs Fork. Nachdem der Wohnung zu entfernen, hast du die Chance, um ein Hull zu retten. Oh. Oh, 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 oh. Dann nehme ich die mit. Weil wegen Kombination mit dem hier. Und, Alter, wir nehmen alles mit. Blub. Was machst du eigentlich? Lass. Lass es jetzt mal mit. Moment, den finde ich auch so. Der war ziemlich leuchtend. Einen Schlüssel. Einen goldenen leuchtenden Schlüssel. Da ist ein gebrochener, goldener leuchtender Schlüssel. Der kommt ja gar nicht so schwer zu finden sein. Was bist du? Ne, das ist ein anderer Schlüssel. Ein goldleuchtender. Goldleuchtender. Da ist auch ein Schlüssel. Das sind K-Pies und K-Pies. Ne, das ist anderes. Schade, ich finde es nicht. Ah, und du nehmen auch nach. Rain. Ja, super. Ich will die schlucken. Ich werde mir euch klickt die aus Versehen an und dann schluck ich die. Ja. Nein. Das da. Wettermann hier. Ähm. Dich kann ich mal. Ja. Da kann ich eigentlich hier mal. Komm schon, spuken bei Rode Herzen aus. Komm schon, spuken bei Rode Herzen aus. Bist du? Tears up. Bitch, please. Nach Möglichkeit versuche ich dieses Bild da nicht wieder aufzuhähen. Hat er jetzt genommen. Das hätte ich gerne selber genommen, lieber Freund. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich beim nächsten Mal schnell selber eins nehme. Damit wir die wenigstens wieder vollkriegen. Ist zwar schön, wenn er ein bisschen was bekommt, aber alles ist dann auch doof. Äh, ich sag auch noch was. Oh, den, okay, das nehme ich. Sorry, mein Kleiner, aber ab und zu muss ich auch mal. Ja, ansonsten immer gerne. Du bist ein sehr hoher Typ, aber da muss ich. Und, äh, ab und zu ist dann halt wichtig. So, wir könnten mal gucken, ob es da drüben vielleicht welche sind. Dann kann er die vielleicht nehmen. Das wäre eine Option. Schön, der kann jetzt... Es macht jetzt sogar Sinn, die Feuer auszumachen, weil der kann die aber nehmen. Und wie viel Dämme? 3 ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Okay, der geht jetzt noch runter. Autsch, das tat jetzt weh. Mehr als es sollte. Das hätte ich jetzt anders regeln müssen. Okay. Gibt so eine ganze Menge neue Räume, gell? Was haben wir hier? Oh. Ah, stopp. Ah, fuck. Stimmt. Nicht auf die Konstanz, sondern auf die. Denn die, okay. Ne, ah, fuck. Das hätte ich. Wird? Was war das denn jetzt so? Wieso habe ich gerade Schaden bekommen? Alter, jetzt hätte ich mich bei einer selbst umgebracht. Okay, bitte lass es jetzt einfach aus sein. Komm schon, Tropenherzchen. Für unseren kleinen Freund hier. Nein. Das war's, wir sind tot. Oh. Was? Ah, nur die 3er zerwischt. Na, super. Also, ist wieder alles da? Okay. Wie oft funktioniert das? Immo? Ich mach den Boss. Ich probiere mal, ob hier vielleicht noch was ist. Nein. Äh. Let's do as. Let's do as. Mom? Ah, das ist der Bosskampf. Stimmt. Fuck. Fuck, das ist der Bosskampf. Das ist der Bosskampf. Alter, das ohne Schaden wegzustecken. Das wird hart. Nein. Nein. Wir waren doch schon bei ihr. Oh, wie behindert. Wir waren die ganze Zeit so gut. Und dann, die letzten Räume haben wir einfach so viel Leben noch verloren. Wir hätten es jetzt echt geschafft. Wir hätten es echt geschafft, diese Behinderten-Challenge abzuschließen. Und ich habe es. Nein. 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 Goodbye, Grul World. Ja, so ungefähr kann man das beschreiben. Na gut, ich hoffe, ihr habt wieder Spaß. Meine lieben Freunde, Damen, Herren, Verwandte, Unverwandte, Haustiere. Ich hab ja schon gesagt, im Voraus-Desplay nehmt euch euer Haustier, setzt euch vor den PC und macht es einfach. Schade, schade, wir hätten es echt beinahe geschafft. Das ist jetzt traurig irgendwie. Aber es ist auch schon nur über 20 und ich muss um 7 wieder aufstehen, weil ich arbeiten muss. Darum würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und für mich eine gute Nacht. Tschüss. So knapp. Es war so knapp. Es war so knapp.